hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen datenzeit hier mit rimworld und noch schlafen sie alle friedlich in ihren bettchen ja denn sie wissen ja nicht was noch auf sie zukommt nein es wird alles natürlich gut irgendwann mal vielleicht eventuell aber wir können doch was bauen das ist die idee wir können bauen zum beispiel möbelchen noch mal ja was bauen wir denn für möbelchen grün 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 kann man machen oder blau blau für gefängnis ne blau ist ja eigentlich erkrankungsstation rot passt er für gefängnis dann aber egal hier habe ich zwar auch gut aber kackt die wand an wir haben piratenhändler die zu uns kommen ja das kann man doch mal annehmen der philie haha wie lustig tags pierce und morty aber um zu erklären warum ich viele so lustig finde weil der scheint hier ja nicht anführer zu sein bis zumindest der händler einer geht voran und hat hier rote kappe sieht aus wie der anführer das lustige an der sache ist dass ich das pen paper rollenspiel das schwarze auge spiele und wir die sogenannte filiason sage auch haben wo wenn man die normal spielt der kapitän der berühmte filiason ist den wir auch kurz ab und an fili abkürzen und piraten und fili weil es ja auch so eine piraten saga ist finde ich einfach schmackofatzig um das wort mal wieder zu verwenden nein ich finde es richtig geil fili best der name der überhaupt möglich ist wenn jetzt noch jemand mit dem namen raluf dabei gewesen wäre dann hättet ihr mich von unten auf dem boden abkratzen müssen weil ich der halb am abkratzen wäre aber ist ja zum glück nicht der fall ich will noch immer eine lampe bauen gut die habe ich sogar schon hingepflanzt gut dass ich daran gedacht habe ich hätte mir auch zugetraut nur zu planen und nichts zu machen kann ja mal passieren ich brauche neue stromverbindungen hier mal die hier so ein bisschen mehr ja drei felder abstand das ist gut das gleiche auch hier so ein bisschen 1 2 3 bums machen wir das ganze mal so so eine leichte sicherheitslinie noch mal bauen so auch für was auch wenn man da noch dran kommt damit das auch irgendwie noch funktioniert wenn da was unterbrochen wird wobei das passt auch recht gut egal mache ich trotzdem und es wird wieder scharf geschossen und mir fällt gerade eigentlich könnte ja mal handeln wenn hier jemand ist mei mei warst du nicht hier so so nee das war nicht sozial unterwegs kennen war sozial enni ist auch sozial komm mal her du rich ist medium sozial und oh ja komm machen wir den nacket da einmal handeln lassen dafür ist er doch da wilson zeig ihnen deine argumente was haben wir denn schönes wir können dinge verkaufen warte mal was hat sie noch mal für werte das war ja gar nicht mal so schlecht eigentlich ich könnte die verkaufen als sklaven so mehr oder weniger könnte ich machen aber tue ich eigentlich nicht das ist ein bisschen nee das ist schildkröten panther die könnten was tragen so viel ist schon mal klar glücklich mache das ist auch interessant dieses kleine gehirn implantat lässt dich glücklich und entspannt werden ach ja glücklich für 1000 dollar aber so richtig kann man gebrauchen ich brauche aber viel eher ist das teuer medizin eieiei wirklich teuer ich muss mal geld loswerden von daher ich hab das dein ich hab das ganze jahr das ist ja nicht so dass es mir jetzt an geld mangelt energie rüstungshelm kann man gebrauchen theoretisch und mein essen wollen die gar nicht das ist natürlich schade gut ich hab hier so ein bisschen sehr schäbige kleidung die kann ich mal alle loswerden weil so was schäbiges wollen wir ja gar nicht erst hier rumlagern haben vielleicht die schutzweste die kann man noch behalten so wo sind überhaupt die ganzen sachen wo sehe ich ob das hier von toten ist ich glaube das alles mit t oder alles mit t dürfte von toten sein vermute ich einfach mal die schutzwesten will ich behalten aber diese sachen dürfen noch mal futsch gehen oh teufelsgarnkragenhemd nobel geht die zyngarnparker überlegen tausbruch dafür kann ich mir ganz andere dinge holen hallo zumindest ein paar kevlar helme kann ich gebrauchen noch ah nee cowboyhut aus hasenfell ich stell es mir gerade vor ich hab so vor augen so einen cowboyhut wo so ne hasenschlappohren dran sind das stell ich mir geil vor gott ich hab kopfkino aber sowas von scheiße das krieg ich jetzt nicht mehr aus dem kopf brandgeschosswerfer zweimal übel brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich nicht äh brauche ich vielleicht das kann aber mal schön weg die pistole hier brauche ich ah vielleicht lass ich nochmal hier molotow cocktail kann ich auch zweimal hier loswerden äh splittergranaten das lassen wir einfach mal drin so weit bauteile hätte der drei stück nehmen wir einfach auch mal mit weil wir es können einfach und dann haben wir leichtes minus geschäft aber ich darf ja leider keine nahrungsmittel verkaufen aber das soll so reichen das nehmen wir so an das geht in ordnung klingt für mich nach einem fairen handel es wechseln ein paar sachen zu denen ein paar zu mir und am ende sind wir hoffentlich alle glücklich oder auch nicht ja ich baue hier falls ihr euch fragt und äh warum ich das hier mache und ich habe es nicht richtig erklärt ich baue hier die stromkabel um dann kann ich die hier irgendwann abreißen oder ich lasse die einfach liegen mal sehen äh falls hier so ein wunderschönes geschütz explodiert dann ist im radius von drei feldern macht's bumm und die kabel können hinüber sein und deswegen stehe ich die kabel so weit weg ach gottchen die arme schildkröte die ist vergiftet stehe ich die kabel so weit weg dass wenn es explodiert dass die heil bleiben und die stromversorgung gewährleistet ist mehr steckt da nicht hinter kein hexenwerk kein nichts äh einfach nur joa angenehmer wieso habe ich überhaupt das teil noch ich bin im abreißwut eins zwei drei vier fünf bumms so die dinge kann ich auch mal hier zum äh seid ihr doof ne abriss das wollte ich doch sagen und nicht mal ne ja die sind noch deklariert zum abriss wieso wurden die noch nicht abgebaut was macht ihr überhaupt oh selbst canon konnte kong nicht überreden aber es ist noch immer nur ein prozent irgendwie habe ich den eindruck kong hat so ein bisschen haare auf den zähnen Behandlung nötig Andy ähm Körper äh ja gut auf Kräutermedizin ist gut weil wenn da die gute neue Medizin drauf gek was stimmt hier im Lager nicht ich ahne böses warte mal Zieltemperatur 21 Grad und deswegen haben wir hier ha 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 scheiße bin ich doof zack ach Gott das konnte ja auch nicht gut gehen warum bin ich so blöde warum sagt denn niemand was aber wir haben Fleisch zumindest ein bisschen was gutes Insektenfleisch haben wir haben Insektenfleisch ohne Ende yummy mhm wie im Dschungelcamp ömmelnömmel wobei das Dschungelcamp jetzt auch schon ein bisschen vorbei ist aber äh das ist ja so eines der wenigen Trash Sachen die gönne ich mir weil das äh über sich selbst bewusst der auf die Spitze getriebener Trash ist auch wenn diese Staffel hier vom Dschungelcamp jetzt nicht so tolle war dieses Jahr aber will ich euch mal nicht weiter mit langweilen ich bin sicher es gibt unter euch auch ein paar äh die wollen nicht unbedingt über solche Themen was hören da lieber andere wichtige Dinge des Lebens wie zum Beispiel wie pinkele ich am besten von zwei Meter Entfernung in die Toilette wenn der Sitz runter geklappt ist nein 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 natürlich nicht wir sind ja hier ein anständiger Kanal ich habe anständiges Publikum und ne genau ja das können wir auch töten ach anständig töten wenn schon denn schon wir machen Dinge nur mit Anstand Wilson ist zum Beispiel anständig nackt weil er halt auch Dinge nur mit Anstand macht der wirft zum Beispiel anständig Hufeisen hier ist anständig ein Raumschiff Teilchen gelandet oh und wir haben anständigen Trutern hier da gibt es glaube ich anständig Fleisch oh hier sind auch ganz viele Tiere und Bubenratten haben wir auch aber das habe ich auch vorhin schon gesehen irgendwie aber nur eine das geht ja noch in Ordnung Höhö? Uff das ist äh suboptimal ich hoffe die gehen jetzt alle los Rich geht schon mal los Mei Mei auch Äh Andy? Hallo Andy? was machst du? du gehst los kennen ist auch unterwegs perfekt noch sie du darfst auch mal löschen gehen weil wir haben sonst ein klinges problemchen nach ja ach du scheiße und dadurch ist auch unsere stromverbindung gekappt und die nächsten mahlzeiten verderben ach ist das herrlich naja ist ja schon fast wieder alles gelöscht unsere schlachtbank nee unser kochstudio hier das muss glaube ich noch gemacht werden oder war das hier das war der herd dann brauchen wir eine neue schlachtbank na gut dann bauen wir die mal so schlachter jetzt aber aus stahl damit sie länger hält falls uns noch mal was kaputt geht dann halb so schlimm und neue leitungen neue leitungen höh hier ist doch eigentlich eine verbindung so machen wir mal so noch und dann ach so unsere ganzen batterien haben sich ent das ist nicht schön das ist gar nicht gut also das war echt hier richtig gut in der explosion ist alles was ich in batterien befand irgendwie entladen worden das ist nicht gut da muss ich mal schauen ob man das noch besser sichern kann damit nicht noch mal so was unangenehmes passiert das alles sich entlädt und wir haben immer weniger lebensmittel juhu scheiße aber es ist zumindest alles wieder mit strom versorgt das ist die gute nachricht bei alledem die batterien füllen sich auch wieder und wir haben ein alpaka in der nähe das töten wir doch gleich so wie es sich gehört ja jetzt wird produziert am laufenden band erst mal die einfachen mahlzeiten und dann kommen wieder die anständigen das darf auch gerne mal repariert werden hätte ich auch nichts gegen da gibt es so viel jetzt zu bauen ist das problem beim ganzen bauteile haben wir 32 stück wunderbar das obwohl noch nicht die raumschiffteilchen abgebaut worden ich bin begeistert so muss das sein und jetzt trete doch mal jemand meiner kolonie bei das wäre noch so ein zuckerstückchen zum abschluss so jetzt führt mal nette gespräche kong ich will dich bei uns haben trete uns doch 1,2 prozent waren es aber es reicht nicht tiffy kann man tiffy überzeugen oder wird gar keine interaktion gemacht wir wollen sie doch anwärmen bin ich denn bekloppt na gut das dann eben am nächsten tag warum auch nicht schildkröte 1 schläft jetzt schön was kann da überhaupt da kann auch nur alleine gelöst werden das ist doch unsinn was soll der sheet äh wilson warum stehst du da nur im gang hä kennen hat eine lebensmittelvergiftung bekommen wegen einfacher mahlzeit ja gar nicht mehr gewohnt war ja 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 oh und ich habe ja mal die idee bekommen dass man hier so eine schleuse bauen könnte damit die kälte im raum bleibt machen wir mal das ist denn quasi die schleuse und alles ist gut denn geht die wärme nicht so raus wenn die türen geöffnet werden ne besuchergruppe jay mal sehen was die so mit sich bringen komm dran jungs mädchen wie auch immer zwitterwesen ich bin offen für alles wird hier tatsächlich mal abgebaut ich bin 8 bauteile 30 stahl und 30 stahl 9 bauteile angenehme zahlen damit möchte ich dann doch auch schon mal wo haben wir es denn sicherheit ja neue geschütze braucht das land da darf noch was hin und hier und da wer braucht neue geschütze auf jeden fall vielleicht brauchen wir noch hier drinnen welche das muss ich mal schauen ob das auch eine möglichkeit wäre weil es kann ja auch mal wieder ein fein von innen kommen und dann bringen wir die geschütze recht wenig hab ich mir mal sagen lassen jetzt haben wir ja so viele bauteile da können wir richtig geile dinge mit bauen allerdings würde ich mal sagen machen wir das erst wieder beim nächsten mal wenn es denn heißt dadlezeit mit rimworld und ich hoffe wir sehen uns dann wieder ciao ciao ciao